ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhafts so es geht in afrika ich hoffe ihr habt eure sonnencreme eingepackt wir werden heute mit dem afrika korps an den ja an den schlachten von rommel teilnehmen und zwar wollen wir uns heute mit der schlacht am kaserienpass auseinandersetzen warum ist das so interessant also afrika machen wir nicht so oft und ab und zu ja ich weiß auch gar nicht fällt mir das dann irgendwie ein meistens beim sport wenn ich dann ganz entspannt meine runden drehe also ich laufe ja auch öfter mal im dienst meine 5000 metern das habe ich schon öfter mal erzählt beim laufen kommen immer so die ideen was kann man noch mal machen was interessiert mich selber persönlich ganz doll und naja und immer mal wieder läuft mir afrika über den weg und diesmal war es der kaserienpass also die schlacht im kaserienpass will ich jetzt gar nicht im intro soweit und so tief einsteigen fakt ist auf jeden fall der erste wirklich große schlage abtausch zwischen den deutschen verbänden und den amerikanischen verbänden und was da genau passiert ist wer genau gegen wen warum und wieso nicht und wie es dann weiter ging und wer wirklich gewonnen hat das werdet ihr alles in dem wirklich gut geschriebenen bericht gleich bekommen und ich sage immer wieder ich denke ich weiß ja auch einiges aber wenn ich dann so die texte bekommen und die noch mal durcharbeite denke ich auch verdammt das wusste ich auch nicht also wirklich gut gemacht genau es geht nach afrika wenn von euch leute sich auch für afrika interessieren und auch gute interessante erlebnisberichte oder gefechtsberichte aus der zeit haben oder sagen pass auf auf der seite findet ihr noch super berichte oder da sind wirklich leute die haben damit oder da haben da sehr viel recherchiert gerne in die kommentare schreiben oder gerne die e mail schreiben wir suchen ja immer gefechtsberichte aus allen bereichen von 39 bis 45 würde mich freuen wenn wir dann noch das eine oder andere von euch bekommen so lange genug fürs intro ich will auch gar nicht jetzt das alles zerschnacken wir steigen jetzt ein in den afrika feld zu kaserienpass los geht's ja dann legen wir mal los begeben wir uns mal in das jahr anfang 1943 also im kessel von stalingrad kapelierten die reste der sechsten armee zur gleichen zeit zeichnete sich in nordafrika eine weitere katastrophe ab die bald analog zum drama in russland als tunisgrad bekannt werden sollte den anfang vom ende für die deutsche wehrmacht in nordafrika bildete die schlacht am kaserienpass die reihe von gefechten im schwerpunkt am kaserienpass gilt besonders in der deutschsprachigen populärwissenschaftlichen literatur als der letzte prestigeträchtige sieg des deutschen generalfeldmarschalls erwin rommel ein letzter geniestreich des wüstenfuchses wie rommel von der ns propaganda nach seinen ersten erfolgen im afrika feldzug genannt wurde ein letztes aufflackern der vor allem zu anfang des zweiten weltkrieges überlegenen deutschen blitzkrieg taktik die darauf abzielte den gegner in einer schnellen koordinierten offensive entscheidend zu schlagen zudem war die schlacht die vom 19 bis 24 februar 1943 im rahmen des tunesienfeldzuges stattfand die erste größere direkte auseinandersetzung zwischen deutschen und us-amerikanischen streitkräften im zweiten weltkrieg und daher von hohem propagandawert nach dem kriegseintritt der usa am 11 dezember 1941 war das hitlerregime bemüht den kampfwert der amerikanischen soldaten abzuwerten auch rommel agierte im vorfeld der schlacht am kassarin pass ähnlich als er zu dem stellvertretenden kommandeur der fünften panzerarmee sagte die amerikaner haben keine praktische kampferfahrung und es muss unsere aufgabe sein ihnen von anfang an einen tiefen minderwertigkeitskomplex beizubringen tatsächlich schien genau dieses ziel während der kampfhandlungen erreicht worden zu sein briten amerikaner und franzosen erlitten große verluste an menschen und material und der oberbefehlshaber der alliierten general alexander schrieb später in seinem bericht in der verwirrung des rückzuges wurden amerikanische französische und britische truppen unentwehrbar durcheinander gemischt es gab keinen gemeinsamen abwehrplan mehr und dafür völlige unklarheit darüber wer kommandierte tatsächlich musste rommel seinen angriff jedoch bald abbrechen seine kräfte hatten sich erschöpft die alliierten setzen zu kriegen angriffen an zwölf wochen später kapitulierten die achsen mächte und 275.000 soldaten gingen in kriegsgefangenschaft zum vergleich im kessel von stalingrad verloren 150.000 deutsche soldaten ihr leben und knapp 110.000 kamen in gefangenschaft den startpunkt für dieses katastrophale ende der deutsch italienischen kampagne in afrika bildete trotz der anfänglich verheerenden niederlagen der alliierten die schlacht am kassarin pass gut dann gehen wir mal zur ausgangslage was machte die deutsche wehrmacht überhaupt in afrika also das schneiden wir tatsächlich an für die leute die da überhaupt keinen plan von haben juni 1940 italienische truppen unter der führung von general rudolfo graziani marschierten von libyen aus nach ägypten ein italien das libyen bereits 1911 als kolonie in besitz genommen hatte will die briten aus ägypten drängen und vor allem den zugriff auf den suez kanal die zahlenmäßig überlegenen italiener mussten jedoch schnell erkennen dass sie die besser ausgerüsteten und hervorragend geführten briten völlig unterschätzt hatten die italienische streitkräfte wurden von den alliierten zurückgedrängt im februar 1941 entsandte das deutsche reich schließlich eigene truppen nach nordafrika um die italienischen verbündeten zu unterstützen dabei ging es zum einen darum die italiener im kampf gegen den gemeinsamen feind zu unterstützen viel brisanter war aber die politische lage mussolini konnte sich in nordafrika keinen misserfolg leisten und die deutschen fürchteten den sturz ihres verbündeten sollte er gegen die briten eine verheerende niederlage erleiden tatsächlich sollte es genauso kommen aber es ist soweit war sollten noch mehr als zwei jahre vergehen denn das hastig aufgestellte afrikakor unter befehl von general erwin rommel konnte das glatt zunächst zugunsten der achsenmächte wenden durch eine reihe von spektakulären siegen gelang es den deutschen truppen zusammen mit den italienischen verbänden die briten bis ägypten zurück zu drängen Mitte 1942 stand rommel kurz vor alexandria sein vormarsch wurde zu einer massiven bedrohung des gesamten nahen ostens und des suez kanals der für die alliierten eine wichtige strategische verbindung darstellte so dann kommen wir mal zum rückzug von ägypten über libyen nach tunesien bereits 1941 hatte general bernard montgomery das oberkommando über die britischen streitkräfte im nahen osten übernommen er führte eine umfassende reorganisation der truppen durch und bereitete sich gründlich auf eine bevorstehende offensive vor durch die entscheidende zweite schlacht von el alamein die im oktober und november 1942 stattfand konnten die briten die situation zu ihren gunsten drehen unter der führung von montgomery gelang es den alliierten die deutsche armee unter rommel zu besiegen und zurück zu drängen nach der niederlage von el alamein forderte rommel von hitler den rückzug der deutschen truppen anzuordnen der ließ sich nur widerwillig darauf ein montgomery setzte den deutschen und italienern nach und eine verfolgung durch libyen begann bis der schließlich tobuk und zuletzt auch tripolis in die hände der britischen fiel und die truppen der achsmächte sich immer weiter in richtung tunesische grenze zurückziehen mussten ausschlaggebend war hier besonders die schlechte versorgungslage der deutschen und italienischen kräfte die im gegensatz zu den alliierten nur unzureichenden nachschub erhielten spätestens jetzt rächte sich der umstand dass hitler darauf verzichtet hatte malta einzunehmen dass den briten einen erheblichen strategischen vorteil zur versorgung ihrer truppen bot so der geneigte zuhörer und zuschauer wird jetzt natürlich aufmerken und sagen oh ihr habt ja vor kurzem unternehmung herkules gemacht also die geplante eroberung maltas da würde ich euch jetzt gerne darauf hinweisen wer das nicht mitbekommen hat das ist auch wieder so eine geschichte die man im zusammenhang mit dem afrika feldzug wissen sollte oder sich anschauen könnte gut weiter im text kommen wir mal zur operation torch also die landung der alliierten in marokko und algerien am 8 november 1942 landeten die alliierten im rahmen der operation torch in algerien und marokko mit dem ziel eine zweite front zu errichten die truppen der achsenmächte waren nun von zwei seiten bedroht hitler und mussolini reagierten mit der aufstellung der fünften panzerarmee unter befehl von generalleutnant Heinz Ziegler der zunächst stellvertretend übernahm und am 20. März 1943 von Generaloberst Hans Jürgen von Arnim ersetzt wurde deutsche und italienische divisionen wurden aus frankreich und italien nach tunesien verlegt vom ende november bis dezember 1942 befanden sich diese truppen im nordwesten tunesiens in heftigen kämpfen gegen die vorrückenden amerikaner und briten und konnten diese schließlich aufhalten und sogar zurückdringen die alliierten verstärkten jedoch ihre kräfte im westen kontinuierlich weiter durch die kurz vorher erfolgte katastrophe in stalingrad konnte das deutsche reich in dieser kritischen situation nicht genug verbände und vor allem dinge keine ausreichende luftunterstützung zur verfügung stellen. Anfang 1943 kurz vor beginn der schlacht am kasorinen pass befanden sich die achsenmächte also bereits in einer äußerst prekären lage sie wurden von einem auf zwei seiten anrückenden gegner auf immer enger werdenden raum zusammengedreckt und litten an nachschub und treibstoffmangel während der gegner die fast vollständige Luftüberlegenheit besaß. Kommen wir mal zur Schlacht selbst und schauen uns die Ausgangslage an. Nach ihrem wochenlang kontrollierten Rückzug aus Libyen erreichten die achsenmächte schließlich die Grenze von Tunesien. Das französische Marionettenregime in Vichy hatte zuvor die französische Kolonie Tunesien für den deutsch-italienischen Einmarsch ausdrücklich geöffnet. Dort besetzte die erste italienische Armee gemeinsam mit dem deutschen Afrika Korps die sogenannte Maret Linie. Dabei handelte es sich um eine starke Befestigung entlang der tunesisch-libyschen Grenze, die in den Jahren 39 und 40 bereits von Frankreich angelegt worden war um die nordafrikanischen Kolonien gegen Italien zu schützen. Jetzt sollten sie von Italienern und Deutschen gegen die Briten genutzt werden. Weil die 8 Armee der Briten auf ihrer Verfolgung der deutschen und italienischen Truppen ihre Versorgungswege inzwischen heillos überdehnt hatte, waren sie jedoch nicht in der Lage einen direkten Angriff auf die Maret Linie zu starten. Das verschaffte den achsenmächten an dieser Frontlinie eine Atempause. Im Osten hingegen war es dem 2. US Korps und der 1. Britischen Armee mittlerweile gelungen aus Algerien vorrückend die Ausläufer des Atlasgebirges in Westtunesien zu besetzen. Von dort aus waren sie eine unmittelbare Bedrohung sowohl für die 5. Panzerarmee als auch für die weiter östlich aufgestellten Verbände des deutschen Afrika Korps und der 1. Italienischen Armee. Aus dieser ganzen Geschichte kommen wir mal zu Rommels Plan. In dieser Zwangslage eingekeilt zwischen Montgomerys 8. Armee im Westen und der aus Briten und Amerikaner bestehenden 1. Armee im Nordosten entscheidet sich Rommel für die Taktik der inneren Linie. Er plant seine eigentlich ungünstige Position zwischen zwei Gegnern zum eigenen Vorteil zu nutzen. Anstatt die eigenen Truppen aufzuteilen will er zunächst alle Kräfte gegen die eine Seite konzentrieren, den ersten Gegner schlagen und dann alle verfügbaren Kräfte gegen den zweiten Gegner einsetzen. Die kurzen Kommunikations- und Versorgungswege der inneren Position zwischen den beiden Angreifern erlauben eine schnelle Verlegung der Truppen zu beiden Seiten hin. Sofern das Timing stimmt kann man so auch einen überlegenen Gegner der von zwei Seiten angreift schlagen. Die Strategie der inneren Linie wurde bereits im 19. Jahrhundert während der Napoleonischen Kriege von der französischen Armee unter Bonaparte bewusst eingesetzt und gehört spätestens seit Karl von Clausewitz vom Kriege zum festen Repertoire aller Strategen. Rommel plante dabei zunächst mit dem Gros seiner Kräfte die Amerikaner und Briten hinter ihm anzugreifen und zu zerschlagen. Erst danach wollte er sich in kompletter Stärke gegen Montgomerys 8. Armee richten, solange die noch durch ihre überdehnten Nachschubwege geschwächt war. Ein kühner Plan. Kommen wir mal zum eigentlichen Verlauf. Während der eigentliche Schlacht am Katherin Pass im engeren Sinne nur vier Tage vom 19. bis 23. Februar beginnt die Umsetzung von Rommels Plan bereits am 30. Januar als Teile der 5. Panzerarmee den südwestlichen von Katherin gelegenen Fightpass angreifen und einnehmen. Die Flanke für weitere Angriffe Richtung Nordwesten ist damit gesichert. Zwei Wochen später rückte die 10. Panzerdivision der 5. Panzerarmee zusammen mit der 21. Panzerdivision des Deutschen Afrika Korps gegen Sidi Bou Saad vor, der seit etwa 20 Kilometer westlich des Fahid Passes liegt. Hier gelang der erste spektakuläre Erfolg gegen die Amerikaner, die über ihren Abwehrkämpfen über 100 Panzer verlieren und sich dann zurückziehen. Rommel, der zu diesem Zeitpunkt unter dem italienischen Oberkommando in Rom stand, bekommt nach diesem Anfangserfolg den Auftrag bis weit hinter die alliierten Linien Richtung El Kev vorzustoßen, wo sich der Stab und die Nachschublager des II. US-Kors befinden. Rommel wollte jedoch keine Raum Gewinne erzielen, sondern in erster Linie einen vernichteten Schlag führen, damit sich Briten und Amerikaner im Westen zurückziehen und er dann freie Hand gegen Montgomerys 8. Armee hat, die ihn frontal bedroht. Um dieses Ziel zu erreichen, plante er die Alliierten genau an der Nahtstelle zwischen US-amerikanischen und britischen Verbänden anzugreifen und die deutschen Angriffsspitzen wie einen Keil zwischen sie zu treiben. Das Gelände bot zwei Möglichkeiten diesen Plan umzusetzen, entweder die sogenannte Schieberlücke, ein schmaler Durchgang zwischen zwei Höhenzügen oder über den Kaserinpass. Rommel ließ beide Möglichkeiten prüfen. Eine Kampfgruppe des deutschen Afrikakorps, verstärkt durch italienische Kräfte, erreichte am 19. Februar den Kaserinpass und führte dort Sondierungsangriffe durch, die zunächst in den tiefgestaffelten Minfeldern liegen blieben. Auch die 21. Panzerdivision stieß nach ihrem Angriff gegen Sidi Bussat auf erheblichen Widerstand gegen eilig herangefügte amerikanische Kräfte, sodass der Zugang durch die Schieberlücke ungünstig erschien. Rommel setzte daraufhin die 10. Panzerdivision in Marsch, die als Teil der 5. Panzerarmee im Raum Kairoan lag. Nach mehreren Versuchen gelang es den Verbänden der 10. Division, die Verteidigungslinien der Alliierten am Kaserinpass zu durchbrechen. Die US-Truppen erlitten eine schwere Niederlage. 3.000 Soldaten wurden getötet oder verwundet, 4.000 gerieten in Gefangenschaft. Die Deutschen erbeuteten eine große Menge an zurückgelassenen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung. Die 10. Panzerdivision stieß dann nach Überwindung des Kaserinpasses weiter Richtung Thala vor, um die amerikanischen und britischen Verbände voneinander zu trennen. Dabei traf sie jedoch unmittelbar hinter dem Pass auf die 26. britische Panzerbrigade, die vor allem wegen der massiven Luftüberlegenheit der Alliierten ihre Stellung gegen die Angriffe der 10. Panzerdivision halten konnte. Währenddessen ging die Kampfgruppe des Deutschen Afrika Korps in nordwestlicher Richtung in Bayret Fusana vor, um die Front der Alliierten an einer zweiten Stelle zu bedrohen. Auch dieser Angriff stieß auf heftigen Widerstand der 1. US-Panzer und Teilen der 1. US-Infantriedivision und blieb stecken. Nach mehreren erfolglosen Angriffen auf die amerikanischen und britischen Auffangstellung brach Rommel die Unternehmung als aussichtslos ab. Seine Kräfte hatten sich erschöpft. Zugleich erhielt er vom italienischen Oberkommando den Befehl, sich hinter den Kaserinpass zurückzuziehen und alle Offensivoperationen einzustellen. Und das alles führt uns natürlich zum Ende in Afrika. Nach den abgebrochenen Kämpfen am Kaserinpass zogen sich die deutschen und italienischen Verbände weiter zurück. Rommel konzentrierte sich nun wieder auf Montgomery und die britische Achterarmee im Westen. Er plante auch hier einen raschen Vernichtungsschlag bevor Montgomerys Verstärkungen eintrafen. Die deutschen Angriffspläne waren den Briten jedoch dank ihrer Entschlüsselung des geheimen deutschen Nachrichtenverkehrs bis ins Detail bekannt. Es gelang ihn rechtzeitig 400 Panzer und mehrere hundert Panzerabwehrkanonen zusammenzuziehen. Rommels Angriff blieb im gut vorbereiteten Abwehrfeuer der Briten liegen. Nachdem auch der Schlag gegen Montgomery misslungen war, wollte Rommel die Frontlinie verkürzen und sich mit seinen verbliebenen Kräften in einen kleinen, besser zu verteidigenden Brückenkopf rund um Tunis zurückziehen. Das lehnte Hitler jedoch strikt ab. Rommel wurde daraufhin nahegelegt nun endlich seine mehrfach verschobene Kur anzutreten, die seinen angegriffenen Gesundheitszustand notwendig machte. Am 9. März übernahm Hans-Jürgen von Arnim den Oberbefehl der Heeresgruppe Afrika. Rommel hatte ihm eine jedoch ausweglose Lage hinterlassen. Keine zwei Monate später kapitulierten die Achsenmächte. Etwa 275.000 Deutsche und Italiener gingen in Kriegsgefangenschaft. 40.000 waren in den Kämpfen seit November 1942 gefallen oder verwundet worden. Dann analysieren wir das doch mal. War Rommels Sieg am Kaserinpass tatsächlich ein Sieg oder nur der Auftakt für die Katastrophe zwölf Wochen später, die in der vollständigen Kaptulation der Achsenmächte in Nordafrika bestand? Lässt sich die Schlacht am Kaserinpass tatsächlich isoliert von den Ereignissen vor und nach den hier behandelten Gefechten betrachten? In der angelsächsischen Literatur wird in dieser Frage die Ansicht vertreten, dass die Niederlage am Kaserinpass vor allem ein Weckruf war, der dazu führte, dass Briten und Amerikaner massive Änderungen an ihrer Militärdoktrin und ihrer Zusammenarbeit vornahmen. Innerhalb von Wochen gelang es den Alliierten Mängel abzustellen und sich praktisch neu zu erfinden. Worin bestanden aber diese Mängel die zur Neuausrichtung führten? Dann schauen wir uns halt mal Nachteile und Fehler der Alliierten an. Logistik Bei der Planung von der Operation Torch oder Operation Torch ging die Amerikaner und Briten zunächst nicht davon aus, dass sie auf ihrem Weg nach Tunesien größere Schlachten zu schlagen hätten. Vielmehr glaubten sie, Algerien, Marokko und Tunesien einfach besetzen zu können ohne auf größeren Widerstand zu stoßen. Tatsächlich hatten sie nicht mit der Aufstellung der 5. Panzerarmee gerechnet, die in der Vorbereitung der Schlacht am Kaserinpass bei Sidi Bouçard einen der ersten großen Schläge gegen die Alliierten führte. Darüber hinaus war die Versorgungslinie vom nächstgelegenen Hafen in Algier fast 800 Kilometer lang und bestand nur aus einer einzigen schlecht angelegten Straße. Damit nicht genug. Amerikaner und Briten verfügten in den ersten Wochen nach der Landung über viel zu wenige LKWs, die Transportkapazitäten reichten nicht aus um die Fronten mit ausreichend Nachschub zu versorgen. Aus den gleichen Gründen befanden sich Anfang 1943 zwei Drittel der während der Operation Torch angelandeten Kräfte noch in Westmarokko und standen für das Kampfgeschehen in Tunesien nicht zur Verfügung. Dann kommen wir mal zur mangelnden Schwerpunktbildung. Die amerikanische Doktrin Anfang 1943 setzte auf Aufsplitterung der Truppen über ein weites Gebiet anstatt Schwerpunkte zu bilden. Dieser wies sich besonders in der ersten Auseinandersetzung bei Sidi Bouçard als gravierender Fehler. Die angreifenden Verbände der 10. und 21. Panzerdivision stießen auf im Gelände verteilte kleinere Einheiten, die sie nacheinander aufreiben konnten. Der nächste Punkt ist die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Briten und Amerikanern. Von Anfang an gab es unter den Alliierten große Spannung. Die US Amerikaner aber auch die Franzosen standen formal unter dem Kommando der 1. Britischen Armee deren Oberbefehlshaber Generalleutnant Kenneth Anderson war. Allerdings gab es neben der rein formalen Organisation die mangelhaft war auch atmosphärische Rivalitäten. Insgesamt gab es in diesem frühen Stadium der Zusammenarbeit zu viele Unterschiede im Führungsstil und in der taktischen Doktrin, so dass US Einheiten nicht angemessen unter britischen Kommando auf Chor und Divisionsebene agieren konnten. Und dann kommen wir mal zur Lessons Learned. Trotz aller Fehler und Nachteile waren die Alliierten in der Lage ihre Lektion aus der Schlacht am Kasarin Pass in atemberaubender Geschwindigkeit zu lernen. Bis März 1943 hatten die Alliierten den Logistikfluss in Nordafrika dramatisch verbessert. Und das Problem, des Transportmangels zu beheben, wurden mehr als 4.500 Lastwagen mit insgesamt 2,5 Tonnen Tragfähigkeit aus den Vereinigten Staaten geliefert. Der Zustrom von Lastwagen verbesserte den Fluss von Nahrungsmitteln, Treibstoff und Munition sowie Waffen zur Front. Eine zweite Lektion lernen die Amerikaner im Bereich der Kampfführung während der Gefechte. Während des Tunesien Feldzuges war Eisenhower besorgt über die Unfähigkeit der Amerikaner ihr Training auf die bestehenden Kampfbedingungen anzuwenden. Schließlich wurden mehrere Kommandeure bei den Alliierten ersetzt. Einer der bekanntesten Fälle war die Ablösung von Generalmajor Lloyd Friedendal als Kommandeur des US-amerikanischen 2. Armeekors. Nach dem Scheitern der amerikanischen Streitkräfte beim Kaserinpass wurde Friedendal durch General George S. Patton ersetzt. Nicht zuletzt erkannten Amerikaner und Briten nach dem Rückschlag am Kaserinpass die Notwendigkeit ihrer Kommunikationsstrukturen und den gegenseitigen Austausch hierzu verbessern. Die amerikanischen Truppen lernten von den britischen Verbündeten, insbesondere im Bereich der Taktik und des Einsatzes von Panzern. Auch die britischen Streitkräfte passten ihre Taktiken an um besser mit den amerikanischen Verbänden zusammenzuarbeiten. Es wurden Verbindungsoffiziere eingesetzt um den Informationsfluss und die Kommunikation zwischen den alliierten Streitkräften zu verbessern. Diese Offiziere dienten als Bindeglied zwischen den amerikanischen und britischen Einheiten und unterstützten bei der Konjugation von Operationen und dem Austausch von Informationen. Ein weiter wichtiger Schritt war die Schaffung gemeinsamer Kommandoebenen um die Integration und Zusammenarbeit zu erleichtern. Zuspitzend kann man sagen, dass die Niederlage der Alliierten am Kasarinenpass für Amerikaner und Briten genau zur rechten Zeit kamen. Sie war letztendlich der entscheidende Anstoß für Reformen, die praktisch sofort in den Bereichen Kommando, Doktrin, Organisation und Ausrüstung angegangen wurden und später auf dem europäischen Kriegsschauplatz zum entscheidenden Vorteil wurden. Dies gilt ganz besonders für den Bereich der Führungskräfte. Der Tunesien Feldzug mit der vorläufigen schweren Niederlage der Alliierten am Kasarinenpass trug dazu bei viele Akteure für zukünftige Operationen zu identifizieren und weniger geeignete abzusetzen. So wurde Friedendoll durch Patton ersetzt, der später bei der Landung auf Sizilien eine entscheidende, wenn auch umstrittene Rolle spielen sollte. Eisenhowers Führungsqualitäten wurden bestätigt und Omar Nelson Bradley, vor Kasarinen noch ein unbekannter Divisionskommandeur, wurde zu einem der führenden US-Taktiker. Und das was wir am Anfang gesagt haben, war das jetzt Rommels letzter Sieg? Die beiden Angriffe bei Sidi Bou Saad und Speidlar, die die Schlacht am Kasarinenpass auslösten, waren sicherlich ein taktischer Sieg. Der Angriff selbst ging jedoch auf das Konto von Arnim's 10. Panzerdivision. Bei Kasarinen versuchte Rommel in der Folge den Erfolg der Verbände der 5. Panzerarmee auszunutzen, indem er den Kasarinenpass durchstoßen wollte. Obwohl es Rommel am 21. Februar gelang die anfängliche Verteidigung des Kasarinenpass zu durchbrechen, schafften es seine Truppen nie den Pass komplett zu überwinden und wie geplant Richtung Tibesa und El Kef vorzustoßen. Der Angriff blieb stattdessen in den eilig angeführten Reserven der Amerikaner und Briten kurz hinter dem Pass hängen. Rommel verfügte über keine Ressourcen mehr um seine Ausfälle zu ersetzen und musste die Schlacht abbrechen. Die Niederlagen am Kasarinenpass ermutigten jedoch das 2. US-Korps und der Patton zu einer aggressiven Haltung in den bevorstehenden Kämpfen an der Marit-Linie, um den angeschlagenen Ruf der US-Armee wiederherzustellen. Abschließend kann man sagen, dass entgegen dem populären Bild die Schlacht am Kasarinenpass höchstens ein taktischer Sieg Rommels war, der aber letztendlich den Anfang vom Ende der Achsenmächte in Afrika markierte. Untertitelung des ZDF, 2020